hallo meine lieben willkommen zurück bei graveyard keeper ja gut nimmt eine zweite folge ich nehme eine zweite folge auf meine verhasper jedes mal das ist echt ätzend so ich schätze mal das ist die taverne ich werde noch kurz auf das schlichen gucken totes pferd ok na gut dann gehen wir zum toten pferd ja das ist die taverne sieht das gut aus mir gefällt auch die musik immer sehr gut in dem spiel so was hat er willkommen im toten pferd ich bin horatrik wie kann ich dir helfen ich komme vom friedhof ich bin hier der neue ich bin ich bin heute aufgewacht und seitdem alles irgendwie verrückt tut mir leid warum habe ich nicht gleich erkannt gut gut das ist gut das sind gute aussichten für unser kleines dorf weil öfterst du die kirche ich musste es den friedhof in ordnung bringen klar klar ist schon eine weilchen her seit jemand sich da seit sich jemand darum gekümmert hat also kommen wir zur sache wie kann ich dir helfen ja wie gut wie ich nach hause kommen brauche ich gar nicht erst zu fragen das wissen sie alle irgendwie nicht handeln gehen frage nach der bestattungsurkunde der bischof hat mir gesagt dass sie mir die bestattungsurkunde abkauft ja das stimmt laut laut der uralten abmachung muss ich dir als leiter dieses dorfes geld für die urkunden geben natürlich nur wenn ich geld habe was meinst du damit darauf geht es nicht gut uns ist das geld ausgegangen aber sobald du die kirche wieder öffnest werden pilger viele glänzende viele glänzende münzen in unser schönes dorf bringen ich würde gerne etwas frisches fleisch verkaufen so was wir machen fleisch ist hier keine delikt eine dekartesse ich kaufe es gern ich muss nur das königliche fleisch siegel drauf gut achten auf vielen jahren gab es einen zwischenfall mit was ungeeignetem fleisch seitdem muss das fleisch vorher begutachtet werden und ich will wirklich kein ärger mit der stadt also hat dann fleisch das siegel nein ich will nicht wissen weil du dieses fleisch kommt aber man sieht aber er sieht wirklich gut aus aber ohne das siegel sind mir die hände gebunden wo bekomme ich das siegel du kannst im hof durch den briefkasten nahe der kirche ein was ein bittschreiben ein bittschreiben schicken aber es wird nicht einiges kosten es gibt aber noch einen anderen weg das verrate ich dir auch nur weil wir nachbarn sind komm näher noch näher geht nicht es gibt ja diesen typen namens schlange ich glaube er hat ein gefälschtes siegel aber um ehrlich zu sein habe ich ihn schon in einer weile nicht mehr gesehen du kannst frau anmut anmut fragen sie ist jeden was auch immer hier vielleicht kann sie dir helfen schlange zu finden danke okay gehen also ist vielleicht könntest du vielleicht unserem schmied kärz wollte in diesem brief übergeben natürlich wo finde ich ihn im südosten des dorfes neue aufgabe so dass mit diesen komischen symbol der umblicke ich nicht ganz es ist ein frauen sie wollen würde ich mal sagen ich schätze mal das ist die da aber machen wir gleich muss regnet es regnet es regnet schön also ich finde das spiel echt genial ich muss allerdings zugeben ich weiß nicht ob ich jetzt zum problem alles vorlesen würde was hier so rum steht ich habe jetzt gerade mal fünf minuten auf und habe schildern trockenes maul so was hat das gesagt jetzt habe ich wieder aufgepasst südosten des dorfes hat er gesagt na huch erst wieder mal durch hier also hier mit taverne ist das mal belegen wo ist in südosten ich schätze mal hier irgendwo ach so ne hat sich sowieso der typ ist ja nicht da und ich nehme an für den offiziellen weg ist es zu teuer ok ist ja gerade karaoke abend oder das haben wir schon zwei mädels mit dem und quatschen können du musst der neue friedhofswerter sein das hat man zumindest so hat man mir zumindest so gesagt aber woher wusstest du das wenn du so lange wie ich lebst lernst du vermutlich auch leute so gut zu gelesen so gut zu lesen ok leute es wird echt lästig aber wo bleibt meine guten manieren ich bin frau kette hätte hätte fahrrad kette ich freue mich dich kennenzulernen aber ich habe ein paar fragen über das paar fragen über rede lieber mit meinem mann er hat hier das sagen er ist nicht nur der wütter sondern auch der gewählte versand vorstand des dorfes versand ja genau außerdem redet er wirklich gerne ich kann mir nur ein paar rezepte verkaufen oh ja er redet wirklich gerne solche mann das ist die hieß sie schon wieder ich hab's vergessen mit der ich reden soll was willst du ich bin der friedhofswerter und ich wollte dich etwas fragen ich verstehe weißt du eigentlich wie oft ich mir so ein gemurmel anhören muss ich habe keine zeit für dich kleiner komm zurück wenn du etwas selbstvertrauen gewonnen hast aber guasso ciao sag ich grüß mein freund darf ich dich für einen kurzen moment belästigen zu viel stimmen kann ich gar nicht machen was hat frau anmut die erzählt dass sie verschwinden soll immer die wunderbare sie redet nicht mit jedem ich bin auch nicht jeder ich bin der friedhofswerter ich bin ein bekannter poet in bestimmten kleinen kreisen mein vater ist partner eines tages trage ich hier eins meiner werke vor und dann werden wir aber zunächst muss ich erst schreiben und wir sind kataströser weise papier und tinte ausgekackt hat rufs tröst hat droh vergiss es hört gar nicht zu eben best nicht mehr auf zu quatschen kannst du mir welche besorgen neue aufgabe hinzugefügt gehen okay ich frage jetzt mal nicht wo ich tinte und papier her bekomme das hätte ich schon selber rausfinden so so mal gucken wo komme ich jetzt hier npcs friedhofswerter das bist du ach hier sehe ich die ganze quest ok technologien karte so dass zu hause alter friedhofs leichenhalle küchengarten das alte dorf so hier unten ist noch zu so wie es aussieht oder noch mal gucken lach schon mal da unten da unten da unten da ja da ist noch zu okay da kann ich nicht durch ja ich schaue mich erst mal ein bisschen um wenn ich noch ein bisschen zurecht finde ach nee die will schon wieder die will schon wieder jemand sabbeln aber nee danke mir reicht da auch das ist glaube ich der schmied oder nee quatsch der hat mit holz zu tun hier stehen holz holz scheite ja ja der schmied könnte er sein kann der bursche nicht schneller rennen da steht noch jemand schön auch mit den fußspuren hat die brücke ist kaputt was ein schöner aus was für eine schöne aussicht aufs meer auf dem fluss ach was auch immer so jetzt allerdings wo ist das warte mal kurz in den pc ist wo ist der wird wo radrick genau naja hier schmied bringen den brief zu kreuz bei dem schmied und kehrt zurück ist nur noch finden den guten mann ich schätze mal wenn ich vor der hütte steht werde ich werde ich erkennen was der schmied ist oder welches der schmied ist da ist eine lupe frische eier oh schön hab ich die jetzt geklaut oder was nee gott sei dank dass es noch ärger gibt es muss ja nicht sein dass wir noch ärger kriegen so wo könnte der schmied sein ich habe es vergessen wo er sein soll ich könnte mich jetzt nicht mehr daran erinnern dass er mir auch gesagt hat was er ist irgendwie zuckelt das bild so komisch wenn ich laufe vielleicht muss ich mal was anderes einstellen das könnte ich gleich mal schnell schauen können ich mach das mal an ja ein bisschen besser ist es aber es zuckelt auch noch leicht ok schmied 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 wo ist der schmied warte mal ich guck mal aufs hier da das sieht mir ganz nach schmied aus Alles klar. Das kann ich doch mal hinkriegen. So, das müsste dann... Hier die Taverne ist. Muss ich runter. Und die zweite rechts. Runter und die zweite rechts. Dann kommt ich zum Schmied. Also eins, zwei. Tada! Da ist er. Ja, immer alles absuchen. Ey, was darfst du so? Auch nichts. Ich hab mich nur umgeschaut. Ich glaube nur... Was? Ich glaube, ich bin der Friedhofswärter hier. Darf ich fragen, wer du bist? Leider bin ich der Schmied. Mein Name ist Kretschwald. Ah, gib ihm den Brief. Ich hab einen Brief vom Horatrik für dich. Ein Brief? Na klar. Da wohne... Was? Da wohne ich eine Minute weit weg. Und er schafft es nicht, nicht mal persönlich vorbeizukommen. Äh, alte Angewohnheit. Alte Angewohnheit, die sind schwer loszuwerden. Danke. Tut mir leid, dass ich so unhilflich war. Ist wohl eine neue Angewohnheit. Schon wieder Schleim. Was? Schleime? Seht's richtig? Ja. Also, ich habe keine Zeit, um mich um diese Nervenklein und Missfiche zu kümmern. Aber vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Nimm dieses rostige Schwert. Und ein Energietrank. Oh, Energietrank. Ja. Das Schwert ist zerbrochen. Aber du kannst es mit einem Schleifstein an der Schleifmaschine hinter mir reparieren. Behalte den Schleifstein. Vielleicht kannst du ihn später gebrauchen, um deine Schaufel zu reparieren. Wenn du es schaffst, sie zu töten, dann bringen wir die Überreste. Da sind auch ein paar Materialien für dich drin. Was? Sie sollten an der anderen Seite meines Hauses sein, bei den Pfützen. Uh, jetzt muss ich kämpfen. Aha, alles klar. Gehen. So, erstmal schleifen. Na ja, schleifen. Hier, dann haben wir das rostige Schwert. Anfertigen. F. Ich drücke F. Äh, hallo. Ah. Man muss also genau stehen. Ui, wir haben einen roten Punkt bekommen. Hoch. So, kann ich das? Ist das jetzt ausgerüstet? Nicht ausgerüstet. Hä? Ablegen? Ne, ne, ne. Muss ich jetzt kämpfen. Ah, Hilfe. Oh, Momento. Un Momento. Ich muss erstmal gucken, wie ich das... Okay, okay, die Waffe ist ausgerüstet, aber wie benutze ich sie jetzt? Jetzt habe ich hier aufgepasst, Leute. Jetzt habe ich so eine Schuf gepasst. Wie benutze ich das Schwert? Äh, T? Oh, nee. T nicht. T ist Technologie. Alles gut zu wissen. Oha, hey, hey. Ho, ho, ho. Machen wir langsam. Ah, Hilfe. Okay, ich mach mal. Lass mich doch mal durch jetzt hier. Ich kann nicht. Ich komme nicht vorbei. Lass mich mal hier durch. Oh, ich habe Äschen bekommen. Juhu. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Steuerung. F arbeiten. Space. Ah, Space. Ah, alles klar. Gut. Muss man ja erstmal wissen, ne? Gott, auf einmal, wenn man nicht aufpasst. So. Ja, gib ihm. Gib ihm. Oh, das war's schon. Oh, ich meine, meine Ausdauer ist bald im Arsch. Äh, ups, Entschuldigung. Im Keller. Ähm. Ja, wisst ihr was? Dann laufe ich jetzt einfach mal nach Hause. Und schlafe erstmal. Da wird jetzt eh schon im Nest liegen, schätze ich mal. Oh, es wird neblig. Ja, dann spazier ich jetzt einfach mal nach Hause. Geh eine Runde schlafen. Ne, morgen gehe ich dann nochmal zurück zum Schmied und gebe die Quest schon mal ab. Dann wäre das schon mal gemacht. Haben wir schon mal die ersten paar kleine Schritte haben wir dann schon mal durch. Schön, also das macht echt Spaß. Ich habe noch nicht viel gemacht jetzt. Aber ist auch ziemlich langwierig, das Spiel merke ich. Wenn ich das... Psst, komm mal her. Wo warst du? Ich war im Dorf. Diese Ort ist sonderbar, aber fühlt sich... sich so echt an. Und niemand hat ein Problem damit, dass ich hier einfach so aufgetaucht bin. Du liest meine Gedanken. Was soll man dieses... Gedanken lesen. Ich erinnere mich daran, dass in dieser kleinen Hütte ein Keller ist. Das sind bestimmt ein paar Vorräte. Uh, ja. Weizen, genau. Ich kann mich erinnern, wie ich Brot daraus gebacken habe. Und Kuchen. Mh, leckere Bärenbrötchen. Herr Törtchen. Sehr schön, immer neue Rezepte her. Toast, Zwiebeltoast. Das passt richtig gut zu Bier. Ah, weißt du was? Ich brauche jetzt ein Bier. Das weiß ich schon. Oh. Es fühlt sich langsam wie eine einseitige Beziehung an. Bring mir Bier und ich verrate dir eine Menge wichtiges Zeug. Wie du nach Hause kannst. Fragen. Ich will nicht nach... Ich möchte nicht fragen, ganz ehrlich. Wie komme ich nach Hause? Ja. Kannst du mir sagen? Das war eine rhetorische Frage. Sehe ich etwas aus wie ein magischer fliegender Schädel? Wer antworten hat. Also genau genommen. Da. Scheiße. Ich warte. Ich warte bei mir zu Hause auf das Bier. Kein Bier. Keine Antworten. Ei, 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 ei. So, was haben wir hier? Hier können wir noch was mitnehmen. Hui. Bärchen. Nehme ich natürlich mit. Weil ich jetzt echt mal pennen müsste. Und somit auch mal speichern. So, mein Dickerle. Ne, da gehe ich jetzt nicht rein. Ich gehe jetzt erstmal pennen hier. So, schlafen. Ah, die Melodie ist so schön. So, ich haue jetzt, ratze jetzt durch bis zum nächsten Morgen. So, gut. Was? Jetzt kommt hier der Geist. Naja, ich würde mal sagen, an der Stelle ist die Folge zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.